servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal das hearthstone jubiläumsevent ist live hat aber wenn ich ehrlich bin so ein paar schwächen zumindest bis heute als ich das video aufgenommen habe bzw wenn ihr es jetzt bis gestern war es so dass man portale auf der map nicht im voraus gesehen hat also man kann nicht direkt sehen ob es sich jetzt in waldracken in durota oder in sturmwind befindet weil man sich in dieser zone befinden muss in der das portal spawnt dementsprechend war die reihenfolge wenn ich mich recht entsinne waldracken durota sturmwind sowas in dem dreh müsste es gewesen sein aber es gibt inzwischen und darum soll es in diesem video gehen eine wieg aura die euch anzeigt wann und wo ihr dafür hin müsst das ganze hört auf den namen an dass die leiste die ich hier gerade oben verschiebe hearthstone anniversary tracker hearthstone anniversary event timers lol ablesen ist auch ein bisschen schwer link dazu packe ich euch natürlich wie immer in die video beschreibung wer sich mit wieg auras nicht auskennt ihr braucht das addon wieg auras oder wieg auras zwei heißt es glaube ich dann geht ihr auf der seite die ich euch in der video beschreibung poste auf import string kopieren geht dann ins spiel rein öffnet das addon mit dem befehl slash w a in den chat dann drückt ihr neue aura importieren mit strgv fügt ihr den code ein und dann ich habe sie jetzt halt schon drin deswegen kommen jetzt hier so was ob ich eine kopie möchte oder die aura updaten möchte aber ihr müsst dann einfach nur auf importieren klicken und zack ist die aura da die ist wie ihr vielleicht gesehen habt hier dieser grüne balken könnt ihr euch dann hinziehen wo auch immer ihr lustig habt lustig seid ihr könnt sie theoretisch noch größer machen indem ihr hier mit diesem breite und höhe modifikator rum spielt so seht ihr kann man das ding hin und her schieben wie man lustig ist und die wieg aura zeigt tatsächlich auch an wann also nicht nur wann das nächste portal erscheint sondern auch wo in dem fall seht ihr hier mehr als nächstes durota an der stelle ich konnte es jetzt einmal beim letzten portal testen da hat es tatsächlich auch gestimmt allerdings habe ich auch sehr viel gelesen dass teilweise immer noch die spawns der portale buggy sein sollen oder sonst irgendwas dementsprechend keine haftung dafür dass es vielleicht nicht doch mal ein fehler hat oder so aber dieses event scheint technisch teilweise noch nicht ganz ausgereift zu sein aber es ist zumindest schon mal eine gute hilfe und so hat man halt nicht im dunkeln und fragt sich jetzt okay ich stehe in bald raken hier passiert nichts dann müsste ich schnell nach okre mal gucken wenn da auch nichts ist oder nach durota dann logge ich auf mein ali klar kann man sich die reihenfolge merken aber man vergisst ja vielleicht auch mal und dann ist so eine wieg aura doch durchaus ganz nützlich damit danke euch fürs zusehen hoffe ich konnte euch ein bisschen helfen habe eine gute zeit reingehauen